Als ich heute Morgen aufgestanden bin, dachte ich, dass das hier eine Gewitterwolke ist. Ja, wie man da beim Hintergrund hören kann, das ist ein Großbrand. Das stinkt so abartig nach Plastik und Benzin hier in der Wohnung. Deswegen sind wir heute Morgen wach geworden, das ganze Schlafzimmer stinkt. Ich glaube, wir machen das jetzt ein bisschen mal die Fenster dazu. Aber da brennt es wohl ordentlich. Vielen Dank. Vielen Dank.